Hallo und herzlich willkommen hier bei PIKO1988 zu einer weiteren ja strategie manias stream würde ich mal behaupten zu einer weiteren folge die siedler 1 oder surf city life ist egal mit folge nr 11 natürlich auch wieder mit dem surflings remake dabei habe mich heute noch entschieden zu streamen wie man sieht ich mache nur kurz mal wieder musik an und auch schön dass die leute die jetzt täglich dieses verdammte siedler gefordert haben nicht da sind ja das spricht schon viel dafür aus wie toll das doch ist wir haben heute im besten falle wieder zwei missionen und zwar 22 und 23 und wir fangen mit um dos an ok mit interessant glaube ich wegen dem könig ok wir sind mal wieder hoch das ist ja wieder schrecklich ach du kacke wo ist denn der gegner nein ist das euer ernst oder das ist das ist nicht gut ich muss ich muss hier raus erst einmal überhaupt also das gute ist natürlich durch den durch den ganzen berg kommt er uns nicht wirklich nahe also erstmal das scheiße also da kann ich aktuell nicht allzu viel mehr bauen weil ich habe nicht viel platz muss ich muss auf jeden fall hier mindestens hier rüber um meine struktur aufzubauen das heißt auch das heißt natürlich auch dass ich hier dann wahrscheinlich ein neues lager aufbauen muss und dann vielleicht den weg hier rüber ziehen damit ich hier meine ganze infrastruktur aufbauen kann ja schrecklich das ist hier denn hier in wacht umzubauen macht relativ wenig sinn ja das wird das wird spannend das wird interessant also mehr kann ich bisher nicht bauen das ist erstmal alles was ich bauen kann ja ich sag mir auch noch der berg ist tot quasi ja geil das macht es natürlich auch nicht besser wenn die den rum hier ja mach mal ok ok kohle schön da haben wir auch was anderes aus der kohle vielleicht ist nicht nein wir haben kohle das ist schön wir haben kohle wir haben kohle ja das ist toll Da ist ja das Lunack. Wir haben Kohle, aber nicht allzu viel, äh nicht wenig mein ich, Entschuldigung. Okay, das ist wunderschön, so, okay, das ist okay, aha, okay, 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 so, einen brauchen wir noch mindestens, damit wir hier dann uns ein bisschen ausbreiten können, mit Holzfäller etc. Warum ist der Eiffeldorm so hoch? Damit man die weiße Flagge auch von Berlin aus sehen kann, XD. Oh, das war, der war tief. Oh, der war tief. Hier unten könnte ich aber auch ausbauen. Mal schauen. Ich muss nur aufpassen, dass mir das Holz jetzt nicht ausgeht, das wäre nicht so gut. Ich könnte aber hier unten auch ausbauen. Ich könnte aber bei beiden einfach abbauen. Das ist nicht verkehrt. So, schauen wir mal, ob wir hier noch was finden. So, ist jetzt kein idealer Standort, sag ich jetzt mal, aber wir können ja hier trotzdem anfangen. mit Holz abbauen. Mit Holz abbauen. Ja. Wie kommt von da nicht weg? Ja. Vielleicht war das nicht gut. Äh, muss so, muss so, muss so. Das geht nicht anders. Äh, und dann bauen wir hier ein Lager? Ich brauche ja... Na gut, das kann ich dann weiter oben bauen, das ist okay. Oh nein. Ne, warte mal. Lassen wir das mal mit dem Lager erst mal. Lassen wir das mit dem Lager erst mal. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ah, da ist Stein. Auch nicht gerade ideal, sag ich mal. Noch mehr. Äh, yay. Ja, hier können wir mal so Marmor abbauen. Also ich würde mich mal sehr über Eisen freuen oder so. Nein. Gold vielleicht. Nein. Ja. Nein. 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 Okay. Oh, da. Wenn da ein bisschen Eisen ist, das reicht mir erst mal. Ist okay. Ah, fuck ey. Der ist ganz schön. Akro schon. Ähm. Wir werden uns auch hier ein bisschen noch ausbreiten. Und hier würde ich mich natürlich auch noch etwas ausbreiten. Ansonsten bauen wir hier auch gleich mal Holz ab. Oh, das kommt aber ein bisschen schwieriger. Das geht schon. Ja. so hier wollte ich ja dann hier würde ich auch noch mal ein Steinmetz hinbauen ja 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 Da ist auch Eisen, das ist gut. Dann können wir hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen Eisen abbauen. Ich weiß jetzt leider nicht wie weit das jetzt runter geht, wenn der jetzt da kommt. Das war's. Okay. Dann könnten wir vielleicht hier... Ach nein, was kommt da schon wieder? Ich muss mir das nächste weggenommen. Okay. Okay. Vielleicht kann ich hier da auch noch ein bisschen was wegstippeln. Let's see here. Ja. Okay. Und wir versuchen dann herunterzunehmen. Und wir haben, was wir jetzt machen können. Maschinerie anlaufen lassen. Waschinerie anlaufen lassen. Das ist alles nicht so perfekt, aber besser geht's leider nicht. Besser geht's leider nicht. Alter, ich habe immer noch nur die Metal-Liste drin, oder? Oh ja, gut, eigentlich verschiedene Songs. Ah, scheiße. Ja, natürlich. Ah, scheiße. Hallo da. Hallöchen, du's Play. Ich dachte, du wolltest heute keinen Seedler streamen. Ja, ja. Haben einen guten Tag. Habe ich's abgebrannt? Jawohl, sehr schön. Ah, ist Gold! Gold! Ah, scheiße. Dann kommt der jetzt hier wahrscheinlich. Das ist nicht gut. Wenn da Gold ist. Das ist scheiße. Das ist das, was ich. Ich weiß, die Gerstle zum Beispiel. Das ist ja... Was ist doch, was ich Sie? Das ist ja... Was ist ja... Was ist doch... Das ist ja... es ist zwar relativ weit weg aber aktuell meine einziges meine einzige möglichkeit auf holz auf auf nahrung hier kann ich halt auch fischer bauen aber es ist auch nicht so der börner hier auch noch einen könnte man natürlich auch noch stein abbauen lassen so hier sind wir fertig mit dem stein dann können wir abreißen hier können wir dann tatsächlich auch noch mal größeres gebäude hinstellen scheiße jetzt wird das natürlich auch wieder schneller fertig ok warte da kopiere ich mal was mal wieder in der hoffnung dass es funktioniert was es wahrscheinlich nicht wird und zwar das hier weg zu nehmen aber ich habe wahrscheinlich habe das blöde gefühl dass es nicht funktionieren wird weil ich möchte gerne das gold hier haben ich würde gerne dieses gold da haben ja natürlich wenn mein stärkster schon mal gegen den verliert ist ist doch schon wieder ein witz ja natürlich hat es mich schon wieder an wenn mein stärkster gegen den dritt weit schwächsten verliert ist schon wieder ist schon wieder geil noch mal weiter versuch ja genau ja wo bleibt denn der vierte jetzt der vierte kommt gar nicht erst doch gar gar keinen bock ist klar doch nicht ganz aber also ja gut dann dann lass es dann lass es einfach was schon wieder nicht funktioniert ey was für witzlos ist doch auch schon wieder witzlos was ist denn jetzt hier schon wieder los wird schon irgendwo gekämpft und das hat sich so angehört wo wird denn hier gekämpft wo kämpft ihr denn wo wird hier gekämpft ich bin verwirrt warum hallöchen trinan wo wird hier gekämpft ich sehe es nicht ich bin verwirrt ich bin ehrlich verwirrt ich bin ich nirgendwo kann da und back hätte ich bisher noch nicht wie erlebt hier dem spiel aber naja gut mögliches alles sage ich mal Aber eigentlich nicht, eigentlich nicht, ach da, ach der kämpft, der kämpft bei mir an der Basis, jetzt, der will, der will mir meine, meine, meine Einheiten hier schon dezimieren, ich bin der Vollidiot. Kleine Mist-Sau. Etzer habe ich es jetzt gesehen. Das war das Problem. Ok, ich verstehe. Ist relativ dämlich, aber er darf ja machen, was er will. Ist mir egal. Mir fiel es an Gold, das ist mein Problem. Hier hat er Eisen, hat er irgendwo eine Goldmine oder so, da hat er auch nur Eisen. Ne, Goldmine hat er bisher keine. Er hat ein paar Eisenminen. Aber Gold scheint es hier zu geben. Das ist ein bisschen nervig. Versuche ich hier nochmal, eventuell, dass ich vielleicht etwas mehr von dem Gold abbekomme, weil es sieht halt echt schlecht aus mit Gold. Mit Gold sieht es leider nicht so super aus, sage ich immer. So, jetzt muss ich mir langsam Gedanken machen. Wegen Lagern. Dann bauen wir hier ein Lager auf. Und hier oben würde ich auch gerne eins bauen. Ich würde gerne wissen, ob hier irgendwas ist noch. Ob ich hier noch irgendwas abbauen kann. Damit ich hier... Flash, Spawn, Gold... Wie schön wär's. Aber so einfach ist das leider nicht. So einfach ist das leider nicht. Und wer geht's jetzt wieder an? Und wer geht's jetzt wieder an? Da ist nichts, ganz toll. Das macht es nicht besser. Das macht es gar nicht besser. Ja, aber die Einheitenproduktion läuft. Das ist gut. Da ist noch ein bisschen Eisen und das wird von dem abgegriffen. Das sieht nicht gut aus so insgesamt. Was Gold angeht, scheint hier so ziemlich das einzige Ding zu sein, wo wir es einigermaßen vorhanden haben. Jetzt kannst du mal bitte da gucken, ob da Eis Gold ist bitte. Was soll denn das? Jetzt braucht hier ein bisschen Gold. Schau mal. Ich brauche hier nicht auf gut Glück. Das habe ich nicht nötig. Schaut doch da mal bitte. Da ist auch nur Kohle. Da ist ein bisschen Eisen vielleicht wieder. Da ist ja gar nichts. Was ist das hier? Ist das hier das kleine Ding? Ist alles an Gold, was es hier gibt oder was? Okay, ja gut. Dann baue ich möglichst weit eins hin und hoffe ich kriege da ein bisschen was ab davon. Nicht da drüben. Das macht keinen Sinn. Dann baue ich. Ähm, gut. Dann lass es ich lassen einfach. Das ist nicht viel. Besser als nichts, aber viel ist es auch nicht. So viel ist mal sicher. Wenn das alles ein bisschen Gold ist, was wir haben. Ähm, ja. Da sieht man mal eine Wachlechse. Okay. Der findet da auch bloß Kohle, so wie ich. Okay. Fuck. Er ist nicht mehr schneller reingekommen als... Oh. Die kleine Dreckssau. Man. Wenn ich das hier schon mal abkapseln würde, wäre gar nicht mal so verkehrt, aber... Hm, ich weiß nicht. Er baut aber immer noch kein Gold ab. Hat aber anscheinend keins gefunden. Das ist positiv. Schau mal. Negativ ist, wo ist das ganze Gold? Oder wieviel Gold gibt es überhaupt? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Scheiße. Wir haben die jetzt schon wieder hier ab, den Scheißer Spaß zu machen. Das Problem ist natürlich, dass er damit meine Nachschufeinheiten immer mal wieder ausschaltet. Positiv ist, dass er sehr viele Einheiten dabei jedes Mal verliert. Also, ich meine, er kann es gerne machen, ich habe damit kein Problem. Schlauste sind es allerdings nicht, so etwas zu machen. Geht der Angler hier hoch? Ich weiß es nicht. Oh nein, das ist genau nicht mehr im Bereich. Dann war die sowieso schon los. Dann können wir sie gleich wieder abkreißen. Das ist genau nicht in der Reichweite gewesen. Aber es ist nicht so schlimm. Dann können wir die Varianten machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es wird ja heftig, heftigst gearbeitet, um das sicherzustellen. Ich habe wieder keine... Ach Leute, kommt schon, ihr müsst, ihr müsst schon irgendwas tun. Wofür habe ich denn schon wieder den Typen, wenn er nicht dafür sorgt, dass wir genügend Leute haben? Ach, ich hasse das, ey. Keine Angeln. Keine. Ich will nicht, dass er Angeln baut. Wir brauchen die nie. Wir brauchen... Was ist jetzt... Ich glaube, eine Spitzhacke ist das, was wir brauchen. Fahr mal ein bisschen mehr Spitzhacken, bitte. Das ist nötig. Du brauchst... Für Holzfäller brauchst du nichts... Wir brauchen auch keine Holzfäller mehr. Ich werde auch keine Holzfäller mehr bauen. Nein, nein, nein. Hämmer brauchst auch nicht so viele machen. Und Schaufeln ist auch nicht. Okay. Das ist okay. Das macht... Mach mal alles genauso. Okay? Naja, eine Sense musst du auch nicht machen. Wenn ich halt genau wüsste, was die einzelnen Werkzeuge denn sind. Das ist die Sense. Ist das die Sense? Er bekämpft mich irgendwo. Da. Nein. Nein! Fuck! Arschloch! Dreckiges Mist! Mest! Drecks direktes Mist! Neues Drecks. enforced! Meue des Mist! vier Dreckiges Mist! oh F*** Alarm! Alarm! So Das muss ich mal gucken hier. Fiedler 1, Werkzeuge. Schaufel, Gebäudebau. Brauchen wir nicht. Hammer, Gebäudebau, Werkzeuge, Rohstoffe, Bauarbeiter, Schlosser, Werft, Biologe. Brauchen wir nicht viele. Angel. Brauchen wir gar keine. Weg damit. Sense. Das ist die Sense. Brauchen wir nicht. Fleischerbeil, Metzger. Brauchen wir nicht. Haxt, Holzfäller. Brauchen wir nicht. Wenig. Säge Schreiner. Brauchen wir nicht. Spitzhacke da. Das ist die Spitzhacke. Ja. Warum baut du denn davon kaum welche? Die brauchen wir doch. Ist das dein Ernst? Die ist so hoch und du baust sie einfach nicht. Komm schon. Tu mir das nicht an. Junge. Ist das denn so schwer zu verstehen? Ja. 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 Wahrscheinlich wird das niemals fertig werden. Das wird alles wieder kaputt gehen, das seh ich schon. Ach, das war ja auch noch, genau. Das war ja auch noch, genau. Warum kommt das jetzt schon wieder? Mir reicht es jetzt schon wieder mit dir, du kleine Mistgröße, du dreckige. Komm mal her. Ja, natürlich mein Bester. Das wird so dämlich und unrealistisch, dass jeder von diesen blöden Scheißidioten meine schlägt. Das ist so witzlos und so idiotisch und so bescheuert. Und scheißdreck da. Ja, warum nicht gleich so? Wo? Wo ist der, ey? Checkt euch. Einfach ins Knie. Wo? 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 Ja. es scheint ja auch nur die stärkste einheiten zu haben ja natürlich warum auch nicht so viele einheiten hat weil es macht absolut keinen sinn aber scheiß drauf ja hat sie einfach ich würde ihm gerne das hier vorne endlich mal weg nehmen aber gerade bin ich ja komischerweise fast nicht jeder der einheiten verliert selbst die stärkeren jeder einzünde ist klar dort kommt er natürlich gewinnt fast alles ja genau fick dich ja 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 Trotzdem ist der Soldatenschwund einfach viel zu hoch eigentlich. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Woher? Coley? Das, was ich am wenigsten brauch aber hier wieder ist, naja super. Das macht es auch nicht besser. Neun Prozent, das ist doch euer Ernst. Neun Prozent, ey. Farmer! Hahahaha! Arschgesicht. Das habe ich gesehen. Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Wir brauchen einfach noch mehr. Noch mehr von allem. Wir müssen mehr produzieren. Mehr, 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 mehr. Wir brauchen Einheiten. Wir brauchen nicht. Da ist auch wieder. Oh, scheiße. Er braucht Gold ab. Oh, 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 oh. Nein, das ist nicht gut. Wir müssen unbedingt, wir müssen unbedingt darüber. Wir müssen ihm das Gold abklöpfen. Okay. Okay. Er darf dieses Gold nicht haben. Oh, das ist viel Gold, was er da hat. Das geht ja gar nicht. Ne, 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 ne. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass er dieses Gold nicht bekommt. So dass er nicht länger abbauen kann. Weil das müssen wir holen. Ist das dein Ernst? Okay, das müssen wir hier auch runterbinden. Ah, shit. Hey, warte. Wir müssen erstmal, äh, priorität ist erstmal Gold. Wir müssen, wir müssen uns da an die Schneise durchschlagen. Jawoll, gut. Okay. Perfekt. Okay, und jetzt noch das hier und dann können wir uns das Gold sichern. Kann ich schon? Oh ja, ich kann schon eine Goldmine bauen. Das ist schon mal gut. Okay. Es ist zwar sehr weit ab vom Schuss, aber besser sowas gar nicht. Jawoll. Er hat schon wieder gar keine Einheiten mehr, weil er sie nur einzeln verteidigen kann. Jawoll. Das ist, das ist gut. Okay. Jetzt haben wir auch Gold. Das ist vom Vorteil. Dann bauen wir hier noch Kohle hin, damit wir Kohle auch gleich haben. Ähm. Ja. Jetzt müssen wir hier schauen, dass wir das hier unterbinden. Ja. Ich hoffe, das klappt. Schwache Einheiten. Ganz klasse. Ja. Ja. Alle verlieren sie. Ja. Genau. Jeder einzelne verliert. Dankeschön für nichts. Ja, alle verlieren sie. Aber hey, das Gute ist, äh, wir haben Gold. Wir haben ihm das Gold abgeknöpft. Wichtigerweise. Oh, da ist auch ein bisschen Gold. Cool. Ist zwar nicht viel, aber hey, immerhin besser als Garn. Nee. Losere Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir brauchen sie Die hören ja nicht auf mich, das ist schrecklich Habe ich nur eine Bäckerei bisher oder ist das ok? Dann können wir hier drüben noch eine bauen. Dann bauen wir hier noch eine Bäckerei. Die kann dann auch noch bauen. So, jetzt läuft es doch. Jetzt suchen wir mal einen Wachwechsel. Jetzt sind wir schwierig bei den Konditionen. Die Ressourcen kommen leider nicht wirklich an aktuell. Das dauert alles ein bisschen. Aber ja, auch verständlich, weil das Zeug kommt einfach nicht an, wo es gebraucht wird. Hier, hier jedes kleine Mini-Ding erholt. Aber ich habe ihn jetzt auf jeden Fall effektiv vom Goldfaräten abgeschnitten. Das ist, das ist gut. Das ist schon mal. Wie halt hier jedes kleine Fitzelchen irgendwie versucht, Land zu gewinnen. Das ist sch- das ist so blöd. Das ist so blöd. Das ist so blöd. Das ist so blöd. Ich muss hier, wenn es ist, dass er sich mit den deutschen Soldaten zusammenzieht. Aber ich weiß nicht mehr, mit dem bringe ich denn da eigentlich? Ich weiß es auch nicht. Mir soll es ja recht sein, wenn dann am Ende nur noch ein Soldaten-Pudding drin ist, kann ich das auch nehmen. Durch den Urkraut, da ist der Siedler, naa, das ist ein Siedler, das siehst du gar nicht. Wie ist es mit Lunak, na, na, eher nicht. Ah, dann bauen wir hier doch selbst gleich noch eine Farm auf. Sieht nach einer vielversprechenden Lage aus, so eine coole Farm. Und hier bauen wir noch einen Träger. Und hier bauen wir auch noch einen Träger. Und hier bauen wir noch ein Lager. ja natürlicher besiegt jeden ja genau weißt du was wirklich wirklich ins verzeigte kino arsch gesicht erscheint ernst mal wieder erscheint ernst könnt ihr mal bitte hier mal das zeug ankommen ich meine es ist doch genug holz vorhanden warum kommt das holz hier vorne nicht mehr an das ist doch nicht euer ernst die schafften was Was hier überhaupt nichts ankommt, ey. Was soll das denn? Ah, jetzt kommt mal wieder Holz an. Wie schön. Danke. Ja, der macht wieder alles fertig, der Einzüge da. Ja, genau. Wow. Er hat gewonnen, ist ja unglaublich. Wirst du mich verarschen. Und ich komme jetzt sogar einmal quer rüber. Wie schön. Einmal kreuz und quer. Schön, schön. Ja, wird wirklich mal Zeit. Dankeschön, Lunak. Okay, jetzt wird endlich hier Gold abgebaut. Das ist sehr gut. Er versucht weiter hier irgendwie in mein Territorium vorzudringen. Und wenn 16 Einheiten das eine da nicht einnehmen können, dann ist auch nichts mehr da. Ah, ein schwerer. Ist klar. Ja gut, dann nehmen wir es natürlich nicht ein. Weil jeder einzelne verliert. Boah, der letzte macht's. Der letzte. Ist klar. Ist klar. Ja. Von den 20 vorherigen hätte es natürlich keiner geschafft. Nein, nein. Das muss der letzte sein. Ja. Hat der jetzt meine Fahnen kaputt gemacht, weil er irgendwie wieder da was bauen müsste. Und das ist auch wieder ein schwerer. Und das ist auch wieder ein schwerer. Habe ich wieder Bock noch Verständnis da drauf. Habe ich wieder Bock noch Verständnis da drauf. Habe ich wieder. Drei Mal. Tja. 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 Danke, jetzt hat es auch mal früher schon eingenommen. Gerne. Gerne. Wie sieht es denn mit der Waffenproduktion aus? 68 Waffen. Hallo? Könnt ihr mal bitte dafür sorgen, dass die mal benutzt werden? Was machen hier? Was soll das denn? Tut doch mal bitte die Leute ausbilden hier. Für was habe ich denn so viele Waffen? Was ging ernst, oder was? Ja. 67 Waffen und keine Einheiten werden ausgebildet. Wir brauchen sie doch, damit sie sich ja weiterentwickeln. Was soll das denn? Das war ja scheißernst. Scheiße. Keine Rolle, dass wir alles verlieren, wenn hier ständig nichts passiert. Wir brauchen die Einheiten, ob das passiert. Was war das denn? No, das was wir eigentlich. Nein! 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Musik 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 Mwahahahaha! 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 Oh, jetzt ist der da schon wieder ein... Hat da nichts besseres zu tun? Ja, die Goldproduktion läuft jetzt auch richtig rund. Das ist schön. Oh, hier ist seine... Seine Schwermetalle. Da müssen wir mal ein bisschen eingreifen. Genauso. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön. Oh, meine Einheiten sind total verwirrt, sie kommen nicht ran. Oh mein Gott, sie kommen nicht an das Ding hier ran. Jetzt. Gut. Nehmen wir mal das ganze schöne Zeug, was ihr hier liegen habt. Ihr braucht es ja anscheinend nicht mehr. Ich nehme es einfach mal mit. Dankeschön. Ich würde mal sagen, das war es so ziemlich für ihn. Und noch eine weitere Schneise. Ja, das hier habe ich schon ab. Ne, auch nicht. Ich habe es so ziemlich geschafft. Ich habe es nicht mehr geschnitten von ihm. Ich werde es nicht mehr geschnitten von ihm. Ich werde es nicht mehr geschnitten von ihm. Ich werde es nicht mehr geschnitten von ihm. Das ist schön. Alles gut. Die Militärstärke habe ich schon voll, muss ich quasi wieder nur noch das Land einnehmen. Juhu. Juhu. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 das ist gar nicht gut wir haben fast nicht an 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 ressourcen im gegensatz zum gegner dafür haben wir wenigstens gleich am anfang relativ viele ressourcen und okay das ist das ist nicht verkehrt die werden sich schon mal gleich am anfang gegenseitig in google gehen hier das ist nicht verkehrt er hat auch sehr viel zumindest der untere hat nicht sehr viel möglichkeiten zu bauen naja er aber auch nicht also da ist sehr viel okay wir haben zumindest einen vorteil was den angeht okay dann danke fürs dabei sein und gute nacht das ist die frage habe ich zuerst irgendwie ich muss fast erst infrastruktur fahren anders geht es gar nicht wenn ich so wenig sachen habe muss ich mich erst mal darum kümmern dass ich gleich mal holz abbaue und mich dann danach um alles andere kümmere das ist dann ist erst mal viel wichtiger dass wir uns das ganze so gut und dann können wir uns natürlich darum sorgen dass wir uns ausbreiten ganz klar ich versuche ich möglichst viel möglichst viel nachzubauen dann damit ich damit es alles schneller gibt mit dem aufbau ist ganz klar das sieht nämlich alles nicht gut aus was haben wir denn genau haben wir haben fast nicht einige waffen haben wir bekommen schön das ist immerhin etwas was macht denn hier wir haben doch noch gar nicht weil das denn gekämpft wird gleich mal gegenseitig bitte macht euch fertig gleich zu anfang ok holz ist schon mal gesichert das ist schon mal gut ok ok Das ist schon mal Eisen, das ist schon mal nicht verkehrt. Ok, hier scheint es schon mal Eisen zu sein. Oh, da ist sogar ein bisschen Gold, das ist auch nicht verkehrt. Ich möchte mal hier gucken, was hier unten ist. Hier ist Kohle. Ja, immer mal die Kohle. Gut. Okay. Wir müssen natürlich auch in die Richtung expandieren. Äh, ja. Hier bauen wir auch gleich nochmal Stein mit her. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Ist das alles in Ordnung? So. Ähm. Oh. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist schneller? Wahrscheinlich er. Ja. Weil er hat es nicht so weit. Scheiße. Ja. 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 Ist schneller fertig. Das heißt, ich werde es jetzt gleich verlieren. Ja. 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 Ja da geht es schon los. Hahaha. Das gefällt mir. Das mag ich. Ja. 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 So. Ja. Ja, sieh. Ja. Ich schaue mir doch bitte nochmal was hier so noch zu finden ist. Ich würde auch gerne wissen was hier ist, deshalb... Das war jetzt nicht geplant, aber scheiß drauf. Ach, hab nicht mehr. Gut. Achso, ich habe noch überhaupt nicht was ich... Also ich bräuchte halt noch... Also wir sollten mal was einbauen, mit dem man Musik als Chat-Mod so weiterschalten kann. Nö. Oh da, ja gut, das ist aber auch nicht wirklich viel Gold wahrscheinlich. Wir haben hier halt noch mehr Eisen. Ach fuck. Kleine Mist-Sau. So. Ich werde keine Einheiten mehr haben, oder? Ich habe keine Einheiten mehr. Scheiße. Okay. Shit. Oh mein Gott. Okay. Äh, da muss ich mir jetzt alles überlegen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist nicht ideal, aber ist wohl der beste Platz, den ich habe. Thomas. Hier geht's mir. Hier geht's mir. Mit. Oh das ist nicht gut. Ich bin einfach nicht aufgelenkt. Oh ja, das ist sicher. Ich bin einfach von euch. Ich höre rein. Scheiße! Das ist echt nicht gut. Das ist ein bisschen Wasser und Gold hier. Das könnten wir eventuell auch noch abbauen. Äh, ja, jetzt müssen wir mal schauen. Hier. Das ist echt nicht gut, dass ich überhaupt keine Einheiten mehr habe. Ja, jetzt verliere ich natürlich die ganzen... Ja, jetzt habe ich natürlich nicht bedacht. Dass ich hier leider gar keine Einheiten mehr habe. Ja. 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 Ja, ich weiß. Fick dich. Nein. 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 Äh. Ja. Baut das doch mal bitte. Fertig. Was fehlt mir hier noch? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Holz. Oh Gott, ich hab... Ich hab nicht... Ich hab... Oh Gott. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das wird echt nicht besser. Das wird echt nicht besser. Warum sie endlich? Das ist gut. Ich hoffe, ich hab einen Farmer. Das bin ich ein armes Schwein. Ah, ich hab einen Farmer. Gut. Ich könnte mich jetzt angreifen und ich wäre sofort weg vom Fenster. Ich könnte mich jetzt einfach angreifen und ich werde komplett weg vom Fenster. Ich könnte mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Mann, das ist nicht gut Das ist echt nicht gut Zu L ist es noch in Ordnung Aber Wow, geil Wir haben hier anscheinend ein bisschen Eisen Nein, besser ist gar nichts, würde ich mal sagen Wir brauchen Einheiten, Leute Einheiten Oh nein Achso, okay Gut, das ist gut Die bekämpfe ich nicht gegenseitig Dagegen habe ich absolut gar nichts Oh, der Rote Der Rote macht Stunk Oh ja Der Rote macht Stunk Ist okay Aber nichts dagegen Macht nur, macht nur Hab absolut nichts dagegen Ich werde mich versuchen derweil ein bisschen aufzubauen Macht nur, ist ja ein bisschen Stunk Macht nur, ist ja ein bisschen Stunk Kannst du mal bitte hier drüben gucken Und da ist auch noch mal Gold Okay, das ist gut Könntest du hier mal ein bisschen gucken noch Danke Ist auch noch Gold Oh, Gold, Gold, Gold Wie sieht es da aus Okay Wenn ich da ist noch eine Goldmine Und hier noch eine Minimine hinstelle Ist das einfach Aber an Goldmangel sind sie eigentlich sowieso so gut wie gar nicht Das muss ja auch mal gesagt werden So, ja Stein ist vorbei Brauchen wir nicht mehr Hier können wir nochmal Kohle Ah nein, sie kommen Da kommen sie Dazu keine Chance Das sehe ich schon Ja, ja Tschüss Ja, was soll ich machen? Ich habe keine Chance Ich habe keine Einheiten Die Einheiten kommen langsam erst Und schon sieht es mir im Gold nicht mehr so russig aus So eine fucking fuck fuck Ich habe keine Chance Was ist jetzt so? Jetzt bekämpfen mich die da oben. Okay. Okay. Meine Einheiten haben sie geschlagen. Gut. Das ist schon mal wichtig. Ja, die wollten mich beim Wachwechsel angreifen, die Lüchser. Haben sie aber Gott sei Dank nicht geschafft. Ja, der Rote, der ist aggro. Das war jetzt der pinke, aber scheiß drauf. Der war auch aggro. Mag ich nicht. Das ist scheiß. Das ist echt nicht gut. Das kommt halt jetzt von überall her. Kaum Chancen. Ich hätte das zu machen. Das ist ja preprierend. Die Lütschweiten. programs. Und jetzt haben wir Tipps. Ich muss halt überall wo es geht versuchen das aufzubauen damit ich wenigstens meine kleine Armee hochpushen kann wo liegt denn das Problem ich glaube ich hab nicht wirklich viel Kohle was ich hier versuche und Eisen jetzt kommt das schon wieder man fickt dich lass mich in Ruhe jetzt komm ich mal haha keine Drecksau nix da so wird das gemacht so gut ähm schau mal bitte hier nochmal was zieht man hier noch an wo ist jetzt schon wieder los wo geht es jetzt hier schon wieder was oh man das habe ich jetzt nicht mitbekommen scheiße kleine Mist Drecksau du Dreckige scheißdrecksau du Dreckige ja das schluss ja ach leck mich doch du blöde Drecksau du Dreckige du kleine Mistau du Dreckige das habe ich jetzt natürlich nicht mitbekommen habe ich das aber schon eingenommen ok scheiße 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 ja ich habe ich habe ich habe ich habe lange nicht mehr gespeichert glaube ich das das war das Problem oder habe ich auf 2 auf 2 ne i ach da war der größte Spielstand ok so fick dich das ist jetzt meins kleine Arschsau ja ok So, kämpfen sie jetzt schon wieder hier bei mir, oder kämpft hier woanders, es ist so verwirrend. Es ist alles so verwirrend. Es ist so verwirrend, ich weiß nicht was passiert. Jetzt schwangern wir erstmal. Okay, hier haben wir auch ein bisschen Kohle. Aber ich bräuchte... Ich bräuchte vieles. Ich bräuchte vieles. Die beiden hier, ey. Die beiden. Wie ist das jetzt schon wieder los? Ja, natürlich. Du kannst aber auch nervig sein, das muss man dir schon lassen. Fuck! Das ist dein Dreckbau, ich hasse dich! Oh Mann! Hat er immer so, irgendwo mittendrin. Was ich so gut wie nicht hinkriege, weil ich immer viel zu weit weg bin von dem. diesen Arsch die beiden hier. Ich muss eigentlich ständig angreifen. Weil wenn ich das nicht tue, dann kommen die halt irgendwann. Ich komm nicht dazu, meine Einheiten auszubilden, weil ich ständig irgendwo angreifen muss. Da da rote, da ist der lila, ne. Überall sind die Gegner. Ich weiß nicht wohin. Was geht denn jetzt schon wieder ab? Wo kämpft ihr denn schon wieder? Keine Ahnung. Nicht bei mir entscheidend. Ach da oben kämpft Rot wieder gegen Lida. Ja komm, reibt euch gegenseitig auf. Das ist mir nur recht. Das ist mir nur recht. Ich bin vorüber. Reibt euch ruhig ein bisschen auf. Ach, 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 ich weiß nicht. Ach, 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 ach. Ach, ach, ach. Pete, was erlebt hat ab. Ja cray. Da ist auch noch, ach ja, da war auch noch ein bisschen Gold, genau, da war doch noch was. Bis zum nächsten Mal. kommt hier von hier unten der gegner ich weiß ich wenigstens woher kommt die kleine wau ich bin nicht mal zu viel die kleine das hat absolut nur Sinn gemacht absolut nur Sinn falle ich in sein Ivo Berlin ist schrecklich kann ich gar nicht verstehen so Jawohl. Erinner wollten mir Dortmund erzählen wie man Fußball spielt, das ist auch das, was ich ihm erzählen wollte wie man Fußball spielt. Ja. Das Ding ist auch nur Kohle. Wenigstens läuft jetzt die Einheitenproduktion. Da bist du aber sicher. Gold sowieso. Gold habe ich schon wieder in rauen Mengen. Boop, 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 boop. Boop, 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 boop. Boop, 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 boop. Und hier hat sich unten rumgedrückt. Okay, verstehe. Ihr beschreibt ein Franzose seine Waffe auf Ebay? Ungenutzt nur einmal fallen gelassen. XD. Bist du halt irgendwie auf die Franzosen verarschen? Wippel oder so? Was. Ja. Das ist toll. Oh. Und hier hat sich den Roll um. Und hier. Oh. Und hier. Oh. 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 Und hier. Der Lieder wurde hier komplett vom roten Deck gedrückt, ey. Oh mein Gott. Kein Bruder, dass er so arg groß ist. Aber gleich dafür sorgen, dass er noch mehr Probleme bekommt, hoffentlich. In welcher Einheit misst ein Albaner seine Temperatur? In Belgrad, XD. Okay. So, jetzt habe ich ihn hier schon mal abgekapselt. Das ist nicht verkehrt. Glück kommt von da aus noch hin, aber es ist egal. Gold? Ach doch, er hat Gold. Oh shit, das ist nicht gut. Wer hat Gold? Ich meine, ich habe abwertig Gold, aber was nützt es mir, wenn das nicht fragt, weil es sich gerade umwünschen kann. Da sind 37 Goldbahnen drin. Es ist zu viel Gold. Oh weh. Oh weh. Ach da ist Gold. Gold. Gold, überall Gold. Und was mir fällt, sind Eisenbahnen. Es ist viel an Kohle, warum denn an Kohle? Kommt schon Leute, was soll das denn? Ich brauche so viele Kohlewerke, wo halt keine Leute drin sind. Ähm, ja warte mal dann. Mach mal ein Goldberg weg. Ein Berg weg von Gold. Oh nee, 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 nee. Kämpft ihr bei mir schon wieder irgendwo? Hier. War nicht bei mir glaube ich. Ja. Doch. Ist irgendwo bei mir. Nicht schon wieder. Ich haffe dich so sehr. Kleine Mistkröte. Dreckige Schisskröte. Warum haben Franzosen nie lange Sex? Weil sie die Stellung nicht halten können. Ähm. War es der Rote oder war es der? Ich weiß es nicht. Wie geht mir bei auf die Nerven. Wie geht mir bei auf die Nerven. Die das hier immer versuchen einzunehmen. War auf jeden Fall jetzt Kohle. Schaut mal doch bitte, dass wir Kohle zusammenkriegen hier. Danke. Jetzt werden wieder keine Leute mit Spitzhacken ausgebildet. Ey. Ich könnte kotzen. Könnte einfach nur kotzen. Mach doch bitte mal mehr Spitzhacken. Ist das denn so schwierig? Es ist tatsächlich nicht so schwierig. Mach das einfach mal. Okay. Jawoll. Ja gut. Ja gut. Und er kommt wieder mit seinen Roten. Der Rote ist es mal wieder. Der Rote ist es mal wieder. Der Rote. Der Rote. Der Rote Drecksschild. Der Rote. Der Rote. Der Rote. Der Rote. Der Rote. Der Rote. Wenn du so unbedingt willst, dann... Komm her. Du hast es... Du willst es ja anscheinlich besser wissen, dann nehme ich dich halt eben ein... Ja egal. Jetzt willst du inzwischen schon nicht mehr dahin kommen hoffentlich. Natürlich. Neffenbindel ey. Da ist ja die... Ich hab hier alles noch nicht umgestellt hier. Je komisch. Ufff. Ich hab hier es mit den Kussifraub aus dem Kussifraub war. Du bist der Kussifraub macht den Kussifraub auf den Kussifraub auf. Look, Dippa und G interestinge. Oh ich hatte das Problem. Yip. 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 Und so stimmt, dass die jetzt da nicht mehr hinkommen, hoffentlich. Jetzt hat der... Weißt du, du gehst mir echt auf den Senkel, du... Beide Tüchen, ganz starken. Ja, warum auch nichts? Wir brauchen Kohle, bitte. Ihr müsst Kohle abbauen. Ohne Kohle sind wir aufgeschmissen. Das ist mein Ernst. Ich mach hier keine Scherze. Keine Zutaten wieder mehr. Weil einfach dieses Verpickte... Kohle einfach nicht kommen. Das ist mein Ernst. Sollst keine Sägen... Warte! Hickst du es nicht? Ich will keine Verpickten werden! Muss man dir echt... Muss man dir das echt alles ausfläuen, damit du dir mal kapierst, dass du dieses Ding hier machen sollst! Ist es wirklich so schwer zu verstehen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich komme durch dieses Felder-Werkwahl, nicht nur. Wetter. Okay. So. Und trotzdem geht es hier um... Ach. Das ist der Mila, ne? Okay. Pick dich, Mila. Pick. Dich, Mila. Dich, das ist... Dich, das ist... Dich, das ist... Dich, das ist... Dich, traktor … Dich, traktor ... Dich, da ... Jetzt wird hier schon wieder gekämpft. Oh Gott! Nochmal! Das kann doch nicht so schwer sein. Woher kommen die denn? Ich sehe sie nicht, komm! Da kommen sie! Ja gut, wenn ich es nicht halten kann, kann ich es nicht halten. Das ist jetzt auch nicht wie ich es besser machen soll ehrlich gesagt. Was ist das denn hier passiert? Wenn der es jetzt hier einnimmt, geht so viel weg ey. Nicht gut. Aber ich habe inzwischen so viel Eisen, weil ich halt keine Kohle habe. Das ist so schrecklich ey. Aber jetzt hat es ganz gut funktioniert. Genau, ich habe es erst mal zurück geschlagen. Kohle Leute, Kohle bitte! Wir brauchen Kohle! Aber jetzt geht es langsam. Jetzt funktioniert es langsam. So. 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 Das nehme ich mir einfach mal. Danke. Okay? Gott. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist so schrecklich schlecht Aber es wird langsam jetzt wo die Kohle endlich mal ankommt Was ist das hier irgendwo? Ich wollte hier irgendwo ein Lager bauen, jetzt weiß ich nicht mehr wo Ich glaube hier oben wollte ich eins bauen Jetzt haben wir hier mal ein Lager Das ist so schrecklich Jetzt passiert hier endlich mal was, ey. Endlich. 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 Echt jetzt. Ne, ist es nicht bei mir. chinein von hier irgendwo. Glaube ich... Acht da! Endlich. Der Lilane will dem Roten wohl mal wieder was wegnehmen, hat es nicht geschafft. Ja. Wir nehmen ihm was weg. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob der Rot oder der Lilane. Ich glaube der Lilane ist der größere Feind, weil der Rote hat ein relativ kleines, äh wobei. Aber ich glaube der Lilane ist der gefährlichere von beiden. Ich habe es so zu skipp hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das kann doch nicht wahr sein. Da ist noch Eisen. Gib mir dieses Eisen. Ihr sollt mir dieses Eisen geben. Danke. Es ist zwar extrem weit weg, aber Hauptsache es gibt Eisen. Ja. 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 Aber wie sagt man so schön, besser so als gar nicht, würde ich mal behaupten. Es ist halt hier auch wieder nur Kohle, 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 so viel fucking Kohle. Absolut Null interessant. Fangt ihr jetzt hier schon wieder an zu nerven, muss das sein? Ja klar, ist ok. Aber Hauptsache, ihr merkt mich hier. Natürlich. Könnt ihr die jetzt mal bitte töten? Wow. Ja natürlich nicht. Ist klar. Warum solltet ihr auch, gell? Ist das euer fucking Ernst? Wow. Oh manchmal denke ich mir schon, ey was. Ja klar, jetzt hat der Rote wieder das weggenommen. Das ist so schrecklich. Es ist einfach nur schrecklich. Ich komm nicht voran. Weil wenn ich einen angreife, dann kommt der nächste daher. Und bald wieder Stump machen zu müssen. Ja. Ja. Du. Du. Und du. Du. Wir haben in 500 hunk. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Rot hat viel zu viele starke Einheiten, ey, es ist so zum Kotzen. Jetzt der Rote wieder da. Der Rote gibt halt auch keine Ruhe. Ja, warum sollte er auch? Warum sollte er auch? Der Rote gibt halt auch keine Ruhe. 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 Gibt es hier! Der Rote ist die Rote gibt halt auch keine Ruhe. Oh, 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 oh. ja 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 aber jetzt läuft es irgendwie ein bisschen besser was natürlich gut ist warum auch immer das jetzt der Fall ist wahrscheinlich verliere ich nicht so viele Einheiten beim Kampf ich verliere vor allem mein Zuhause hier nicht mehr Ja 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 Das war keine Gutes Idee Nee Das war keine Gutes Idee Öhhh Ich wollte sie abschneiden, aber es hat überhaupt nicht geklappt. Wenn man hier unten reinkommt, ja, das klappt. Okay, das gefällt mir jetzt schon besser. Ich wollte sie abschneiden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt geht das hier wieder mit dem Roten los Jetzt meint der wieder auf der Seite Sturm machen zu müssen Jetzt geht das hier wieder mit dem Roten los Jetzt geht das hier wieder mit dem Roten los Jetzt geht das hier wieder mit dem Roten los Jetzt ist das Problem, dass wir keine Einheiten mehr haben Aber diesmal schauts aber auch gut aus Besser als vorher zumindest Ich habe fast den Lampesitz, den ich brauche Zumindest vorerst Und erzeugt den Lampesitz, den ich brauche Jetzt fehlen mir nur noch die Soldaten Gebt mir mal das Gold, ihr braucht es doch sowieso nicht Ich werde immer dein Freund, aber ich bin lonely in der Ende Ich werde das hier wieder mit dem Roten los Ich werde das hier wieder mit dem Roten los Ich werde das hier 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 mit dem Roten los Was? Ach von hier! Gut. Wenn ihr es unbedingt so wollt. 53%! Eieieiei! Ah nein! Wart ihr da auch schon wieder? Das war echt auch nervös, ey. Aber da wahrscheinlich eh kein Eisen mehr zu holen ist. Das ist ja eigentlich eh schon ohne Bedeutung. Wie sie halt trotzdem irgendwie in der Mitte immer wieder was zurückerobern. Irgendwo mittendrin. Das kotzt mich an, ey. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie halt hier immer noch operieren können. Ich hab 82%! 82%! Und ich komm nicht auf die Militär. Die Militärs die ich brauche. Und da mach ich jetzt etwas... ...verzweifeliges. ...verzweifeliges. Ich bin nichts. Wir müssen Schades mit den Einheiten... Und wir müssen ein paar abreißen. Also, die brauche ich nicht. Niemals! Wir müssen schauen... Das ist wie ein paar... Wann das unterkriegen? Ja. Um uns etwas aufzuwerten. Das ist halt das große Problem. Das ist schrecklich. E82% Lampenbesitz. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Das sieht mir an irgendwie. Wahrscheinlich. Weil er selbst am Arsch ist. Ich stehe halt jetzt da. Mit meinen 55% Und kann nichts mit tun. Und kann nichts mit tun. Und kann nichts mit tun. Ich weiß nicht, wo ich noch irgendwie nach... ...nach... ...nach Reisen suchen soll. Es gibt einfach nirgendwo mehr eins. Glaub ich. Es ist nirgendwo mehr vorhanden. Da ist noch Gold für den Kliniks. Gold habe ich immer noch genug. Es sind noch 195 Baren drin. Oh mein Gott. Das ist... Äh... Ja. Und so stehen wir jetzt da. Und so stehen wir jetzt. Ja. Ja. Und jetzt kommen sie. Weil ich die Besetzungen geändert habe. Okay. da der gegner jetzt anscheinend sowieso nicht mehr angreift kann man das ja machen hätte ich sogar noch noch niedriger setzen weil ich glaube der gegner kann ich nicht mehr an dann können wir sie jetzt ausbilden ja der gegner tut nichts mehr der gegner ist praktisch tot mit der militärstärke das hätten sie einfach lassen sollen jetzt warten wir hier bis die zahlen bis die zahlen gut sind ja 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 Kann man nicht mehr angreifen, okay. Das ist interessant. Ha. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Keine Ahnung, was ich noch machen soll, ehrlich gesagt. Ist einfach nicht mehr drin. Das ist echt scheiße. Jetzt habe ich große Pläne, um zu fly in Japan. All I gotta do is save a couple grand. On the grind, trying to make a couple grand. See me, I'm overseas, trying to gain a couple fans. Cause my music isn't only for Americans. I need the audience to make it feel rare again. Don't know the words, but they love it when it's never been. Thought that it would be odd if they don't understand. But if I'm making them nod, I know they understand. Can you listen to this life without music? It's not right, that's the reason that I do this. Play my part, I'm in the heart of a movement. To show students what's real and what's illusion. I can't picture this life without music. It's not right, that's the reason that I do this. Play my part, I'm in the heart of a movement. To show students what's real and what's illusion. First to then, who's out and who's in? Evolution, what I'm producing. Revolution, the only solution. To get this street grip on the game, the losing. You can't see, I'm only a soul, it's two teams. But my soul is old, it's too meant to find. I watch my steps. Look out for signs. Like the sun behind clouds, I'm a rocket shine. Got so much to see, now develop a little faster here. I mean, there's nothing more happening, now do it, just do it. Oh my god. Musik Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach nichts mehr funktioniert. Und sonst zieht es da nach Hause. Ah, gut, es dauert halt einfach immer mal wieder. Ah, das ist trotzdem. Musik Ja, ja, ja. Musik Was ist das schweiße? Musik Jetzt gehst du da und willst irgendwie gewinnen und du kannst es einfach nicht. Musik 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 Ah, jetzt verstehe ich das, wie das gemacht ist. Oh, Gott sei Dank. Das hat viel zu lange gedauert. Okay, wir haben ein bisschen mehr Ressourcen, aber sehr wenig Siedler. Oder Nachproduktion von Siedlern. Naja, das kommt beim nächsten Mal. Ich habe fertig für heute. Ich habe wirklich fertig für heute. Okay. Okay. So, morgen haben wir, oh ne, heute haben wir Mass Effect Andromeda. Und am Sonntag haben wir den Sonntagswunsch. Da werde ich jetzt dann noch die Abstimmung auf dem Discord posten. Und was wir dann am Sonntag spielen wollen. Ja. So sieht es aus. Dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in meinen nächsten Streams oder am anderen YouTube Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend. und oder Nacht und ja schlaft gut und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.